Ja, es ist eine Freude, wir haben ein altes Gesicht wieder bei uns in der Mannschaft. Das erste Mal beim Wettkampf hier wieder dabei, David Zauner, heute vom Team Wettkampf in der Ramsau. Wie geht's dir, David? Ja, super, also ich bin körperlich topfit und ich freue mich jetzt irrsinnig auf den Wettkampf, weil es glaube ich genau ein Jahr jetzt her ist, wo ich kein Wettkampf gefahren bin. Und ja, schauen wir, wie es geht. Wie ist das da? Hinter dir ein Haufen Schnee überall, das ist jetzt die 30 Meter Schanzen. Die 90er haben schon abgeräumt, Sommerbewerb im Schnee. Ja, perfekte Vorbereitung, würde ich sagen. Ja, heute in der Früh hat es noch ein bisschen extremer ausgeschaut, aber sie haben alle gut zusammengehalten, die Trainer, und haben das jetzt super prepariert und mit Wasser alles gearbeitet. Und ja, es ist einfach perfekt, von der Költen her kann man sich richtig reinfühlen im Winter jetzt auch. Ja, letzte Frage noch natürlich, wie geht's dir im Knie, wie schaut's dir aus? Ich tue sehr gut, also am Anfang hatte es ein bisschen Probleme, aber das haben wir gut behandelt. Und ich habe mir sagen lassen, das ist normal am Anfang, dass ich das Knie wieder an den Druck gewöhne. Und ja, jetzt ist alles in Ordnung und freue mich auf jeden Sprung, was ich machen darf. Ja, danke David und alles gut und viel Spaß heute. Danke. Danke!